Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Ja, die Woche ist eigentlich perfekt gelaufen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir eine Korrektur an den Märkten erwarten, so ab Mittwoch rum. Und genau das ist im Endeffekt jetzt auch eingetreten. Wir haben unsere Korrektur bekommen, die Trades bzw. das, was wir besprochen haben, sind eigentlich perfekt gelaufen. All das werden wir uns nochmal so ein bisschen reflektieren, auch was nächste Woche dann ansteht, werden wir uns natürlich anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, verschwenden wir nicht zu viel Zeit. Am Ende kommt wieder ein kleines Bitcoin-Update, weil ich heute kein extra Video zeitlich schaffe. Deswegen haue ich es wieder am Ende rein. Aber ist ja egal, passieren tut momentan eh nicht so viel. Aber das Wichtigste dann im Marktausblick. Auf jeden Fall, bevor wir starten, wie immer gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, so wie das XRP zum Beispiel, wo unsere zweite Order jetzt mittlerweile abgeholt wurde. Ja, XRP ist korrigiert. Wer hätte es gedacht? Hust, hust. Und ja, die neue Folge von Crypto & More ist auch online. Also zieht euch die auch gerne auf Spotify, Apple, Deezer. Mittlerweile echt überall fast online zieht euch das gerne rein. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wir fangen wie immer an mit dem US-Dollar an. Auch hier eigentlich perfekt gelaufen. Wir haben darüber gesprochen, okay, das 0,5er könnte nochmal angetestet werden im Laufe der Woche. Genauso ist es passiert. Und dann hoch bis ungefähr zum 0,786er. Und genau dort oben haben wir unsere Korrektur bekommen. Also hier erstmal perfekt in den Trendwende-Bereich reingekommen. So, jetzt aber. Und das machen wir auch mal ganz kurz weg. Und wir sind weiterhin in unserem kleinen Downtrend. Also es hat sich grundsätzlich nichts geändert. Wir bilden tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Das heißt, der Downtrend im US-Dollar ist auf jeden Fall intakt. Und davon gehe ich auch als erster Mal weiter aus. Wir gehen später noch ein bisschen auf die News ein. Nächste Woche steht nicht so viel an, nur ein, zwei wichtige Daten. Aber das könnte für einen US-Dollar erstmal Anfang der Woche nochmal so eine kleine Korrektur bedeuten. Wir ziehen uns hierfür einfach mal das FIP-Level von unserem Low zu unserem High derzeit. Da wäre eine Korrektur perfekt, sage ich jetzt mal auf Daily Sicht, hier in diesem Bereich beim 0,5er bei 101 US-Dollar. Wäre so eine gute Marke, würde ich sagen, okay, hier unten dann gegebenenfalls nochmal einen kleinen Long probieren, um vielleicht wieder eine Trendwende hinzukriegen. Und dann nochmal, sage ich mal, das Ende oder beziehungsweise hier das Top unseres Downtrends zu erreichen. Zumindest auf Daily Sicht. Gehen wir mal in einem 4-Stunden-Timeframe. Auch hier sehen wir eigentlich eine schöne Konfluenz. Nur, dass wir hier in den 4-Stunden-Demand-Zone haben. Also eine 4-Stunden-Support-Zone direkt im Golden Pocket. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt, deswegen immer mal so von den größeren in die kleineren Timeframes arbeiten, gefällt mir im 4-Stunden-Chart deutlich besser. Weshalb ich dann eher davon ausgehe, okay, die 101-Marke liegt genau hier am Golden Pocket. Ist einfach so der perfekte Zeitpunkt, würde ich jetzt einfach mal sagen, um hier gegebenenfalls gegenüber dem Euro wieder, sage ich mal, eine Long-Position zu eröffnen. Das heißt Short-Position im Euro. Und dafür aber dann im US-Dollar eine Long-Position. Und wenn wir schon über den Euro sprechen, würde ich sagen, gehen wir da auch direkt rein. Ich muss sagen, die Long-Position wurde nicht abgeholt. Also ich habe letzte Woche gesagt, okay, das hier unten, das ist unser Ziel. Diese Ineffizienz hier unten mit dieser 4-Stunden-Demand-Zone, die wurde leider noch nicht abgeholt. Wir haben vorher gedreht. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass der US-Dollar, was wir jetzt gerade gesagt haben, wieder so einen kleinen Rebound nach oben hinkriegt, würde es sehr, sehr gut passen. Das heißt, meine Long-Position momentan liegt bei 1,091. Das heißt, ich schiebe das hier nochmal ein bisschen hoch, damit ihr das alle habt. Da liegt die Long-Position, die wurde, wie gesagt, nicht abgeholt. Minimal ist leider so, aber ich hoffe, dass wir uns diesen Bereich hier unten eben noch holen. So zwischen 1,091 bis ungefähr 1,088. Ein Stop-Loss seht ihr hier unten. Der liegt bei 1,080. Einfach hier unter dieser Support-Zone, sage ich mal, unter diesem Block hier, den wir gebildet haben und auch in der Vergangenheit immer mal wieder Wirkung gezeigt hat. Also da liegt momentan die neue Long-Position. Die alte wurde jetzt nach, keine Ahnung, wie viel Take-Profits mittlerweile ausgestoppt. Da warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Also das heißt, Long-Position bei mir 1,091 und Stop-Loss hier unten bei den 1,08. Gegenüber dem Dollar würde ich jetzt einfach mal sagen, also das ist die Long-Position, Short-Position. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, sollte der Dollar, wie gehabt, erst doch nochmal ein bisschen Rebound nach unten hinkriegen, habe ich hier oben die Zone 1,109 irgendwie mal im Blick, beziehungsweise 1,11. Das sind so die nächsten Zonen, wo ich sagen würde, okay, hier oben könnten wir uns ein Short probieren. Das da oben mache ich mal weg. Das war die alte Short-Position. Muss man ja auch dazu sagen, eine Short-Position läuft ja noch, nur ich bin dann immer so Fan, entweder zu hatchen, das heißt die alte Position nochmal zu verdoppeln oder der neue aufzumachen. Die hier oben läuft noch, die hat aber drei Take-Profits erreicht. Also hier oben machen wir erstmal nichts. Wer die hier oben noch offen hat von, ich glaube vor zwei Wochen war das, ja vor zwei Wochen, einfach offen stehen lassen, 25% weiterlaufen lassen und dann gegebenenfalls hier oben verdoppeln. Das ist jetzt momentan der Plan oder wie gesagt hier eine neue Position aufmachen. Das sind jetzt erstmal die zwei Möglichkeiten, die ich jetzt beim DXY beziehungsweise beim Euro-US-Dollar für die Woche sehe. Gehen wir rüber zu den traditionellen Märkten und fangen dieses Mal an mit dem SPX, weil der hat auch perfekt im Endeffekt gezogen. Hier haben wir gesagt, okay, gegen Mitte der Woche sollte es hier dann, sag ich mal, zu einem Downtrend kommen und wie perfekt eigentlich Mittwoch ging es dann runter. Wir haben das erste Gap hier unten gefüllt. Ich sehe hier sogar noch ein bisschen weiter Downside-Potenzial bis circa 4440 Punkte. Wir haben hier noch so ein kleines Gap. Dieser Bereich hier, der sollte noch gefüllt werden und es würde perfekt hier mit unserem generellen Abtrenn passen, den wir jetzt hier schon seit 14. März auf jeden Fall reiten. Also es ist nicht unbedingt bearish, was jetzt hier momentan läuft. Es ist eine normale Korrektur. Wir haben nach oben hier noch so ein kleines Gap jetzt gebildet. Ich habe drei Take-Profits genommen. Das war das Ziel von letzter Woche, wo wir gesagt haben, okay, Short-Position hier oben. Drei Take-Profits sind auf jeden Fall jetzt genommen. Für eine Long-Position habe ich mir jetzt den Bereich hier unten eben ausgesucht. 4445 würde ich einfach mal im Blick behalten. Beziehungsweise eine Limit-Order, weiß ich nicht. Also übers Wochenende keine Limit-Orders. Ich werde dann am Montag oder Dienstag gegebenenfalls nochmal im Bitcoin-Update auch nochmal so ein kleines Setup dazugeben. Aber momentan ist das hier die Long-Position, die ich zumindest geplant habe. Vom Stop-Loss her müssen wir mal ein bisschen achten. Sollten wir jetzt hier ein bisschen eher reingehen, 4445 Punkte, dann würde ich einen Stop-Loss unter die Tiefs hier auf jeden Fall legen. Das heißt 1,61% Risk. Dafür haben wir aber auch im Endeffekt dann das Potenzial von hier unten zumindest wieder das High hier oben bei 3,7% anzuvisieren. Also das ist jetzt erstmal so grob der Plan. Short, wie gesagt, läuft noch. Stop-Loss-Entry. Okay, gegebenenfalls, weil wir eben noch nicht diesen Retest hatten mit einem tieferen Hoch, ist die Möglichkeit nochmal in den Short einzusteigen, wenn wir hier oben dieses Gap füllen bei 4572 und von hier aus dann nochmal den Rebound eben nach unten hin mitnehmen und dann nochmal diesen Abtrend testen. Also hier jetzt gerade wieder in so einer Lage, wo ich sagen würde, okay, hier jetzt gerade nichts machen, warten auf Montag, gegebenenfalls Dienstag, wie sich so im Endeffekt die Zahlen dann ausgehen und dann wissen wir mehr. Also jetzt hier in der Zone überhaupt nichts zu traden, entweder warten auf 4.445, Montag nicht, frühestens am Dienstag in Trades reingehen. Montag und Freitag sind so Tage, wo ich einfach nicht in Trades reingehen würde. Hat einfach so den Sinn, übers Wochenende keine News kommen, die da am Montag wieder Einfluss haben. Freitag weiß ich nicht, dann übers Wochenende Trades eben offen zu lassen. Immer ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Deswegen warten wir auf den Dienstag, hoffen auf diesen Rebound, um dann im Endeffekt so ein False Move nach unten hin nochmal durchzugehen. So, gehen wir rüber zum Dow Jones, dort laufen keine Trades. Ich weiß, ich hoffe, vielleicht hat es jemand von euch mitgenommen. Ich habe es nicht mitgenommen, weil mir das Ganze doch ein bisschen dann zu heikel war. Klar, ich war short eingestellt grundsätzlich in den Märkten, aber ich wollte jetzt nicht Nasdaq, Dow Jones und SPX shorten, deswegen war SPX besser, aber Dow Jones hier war mir persönlich zu riskant, obwohl es nur 1% Risk war. Vielleicht hat es jemand von euch mitgenommen, also hier bin ich nicht short. Im Nachhinein könnte man sagen, okay, ich bereue es ein bisschen, aber gut, man kann nicht alles mitnehmen, was auch immer. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt hier auch unsere erste Korrektur. Hier haben wir den Vorteil, hier haben wir schon ein tieferes Hoch gebildet. Man sieht es hier ganz gut, wir sind im Golden Pocket Rejected, das heißt, wir haben Downtrend gebildet, sind dann Rejected am Golden Pocket, das heißt ein tieferes Hoch gebildet und daraufhin ging es dann jetzt am Freitag nochmal deutlich, deutlich nach unten. Und für mich sieht der Dow Jones nicht gerade mega bullish aus, wir haben hier auf jeden Fall noch Abwärtspotenzial und das geht bis mindestens hier runter bis zum 0,5 Fibonacci Retracement Level, das heißt die 34.680 Punkte Marke bis 34.400, also an der Zielmarke hat sich grundsätzlich nichts geändert, wovon ich eigentlich erst einmal ausgehe. Ob wir das die Woche schon erreichen, weiß ich nicht, müssen wir dann jetzt erstmal gucken, wie der Montag sich verhält. Sollten wir im Endeffekt hier wieder die gleiche Reaktion bekommen, das heißt wir gehen hier vielleicht nochmal ein bisschen tiefer, kriegen dann wieder hier ein Hit ins Golden Pocket bei ungefähr 35.300 Punkten, dann wäre das hier auch nochmal ein möglicher Short Entry, um dann gegebenenfalls die Position eben nach unten hin nochmal ein bisschen mitzunehmen. Ihr kennt das, nach Traders Reality kann man immer sagen, okay, erster Abverkauf, Gegenkorrektur, zweiter Abverkauf, ob die jetzt schon abgeschlossen ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, könnte bis zum 0,382 gehen, dann wieder eine Gegenkorrektur und dann kommt eben dieser dritte Finale Move entweder ins Golden Pocket oder sogar ins 0,5er oder ins Golden Pocket. Jetzt war ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Also das sind die Alternativen, also auch hier gehe ich jetzt erst einmal davon aus, dass wir weiterhin sinkende Märkte sehen. Dann Nasdaq, Nasdaq hat leider auch nicht die Position abgeholt, das war die Idee von letzter Woche. Muss man auch dazu sagen, also Dow Jones hätte abgeholt, habe ich mich nicht reingetraut, SPX hat abgeholt, Nasdaq hätte nicht abgeholt, so fair muss man natürlich auch sein. Schauen wir uns mal hier an, was ist hier falsch gelaufen, vielleicht was ich nicht im Blick hatte, wir waren ja hier letzte Woche schon im Golden Pocket. Habe aber gesagt, dadurch, dass der Dow Jones auch nochmal das Potenzial hatte, Richtung High zu gehen, war halt die Chance hier beim Nasdaq im Endeffekt genauso groß, dass wir hier auch nochmal hochgehen, haben es leider nicht erreicht, wir sind direkt am Golden Pocket und runter ging es. Natürlich haben so Zahlen wie Paypal, obwohl Paypal sehr, sehr gute Zahlen hatte, massiv abverkauft, ich glaube an einem Tag mal zwischenzeitlich 13 bis 15 Prozent runter, haben natürlich auch dafür gesorgt, okay, dass der Nasdaq auch nochmal deutlich, deutlich korrigiert. Am grundsätzlichen Plan ändert sich hier nichts. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir zumindest mal dieses Level hier unten antesten von 14.685. Short-technisch würde ich jetzt erst einmal ein bisschen abwarten. Wie jetzt am Montag die Märkte reagieren, holen wir uns gegebenenfalls hier das Gap, was sich hier gebildet hat, dann wäre es nochmal die Möglichkeit, hier gegebenenfalls ein Short reinzuwagen, um dann eben die Welle nach unten hin mitzunehmen, ansonsten ist das Ding hier jetzt erstmal für mich gelaufen. Ich sehe hier keinen potenziellen Entry erst einmal, das Einzige, was vielleicht, aber ein Long ist halt schon echt riskant, jetzt hier dann auch zwischen 0.786er und Golden Pocket ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, wir haben hier noch ein Gap und ich glaube jetzt nicht, dass da so viel immenses Kaufvolumen reinkommt, auch wenn gerade im Endeffekt die ganzen Earnings rauskommen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Also hier rate ich jetzt derzeit einfach komplett von Trades ab, hier irgendwas noch zu machen. Potenzielle Longs kommen dann für mich erst entweder hier unten bei der gelben Linie, wie gesagt 14.700 Punkte oder 14.460 Punkte in Frage. Gehen wir mal ganz kurz rüber zu den News, da habe ich ja gesagt, steht eigentlich nicht so viel an. Wir haben Verbraucherpreisindex, komischerweise gibt es hier keine Prognose, wundert mich auch, keine Ahnung, ob das an Investing liegt. Auf jeden Fall Verbraucherpreise, VPI-Daten am Donnerstag, das könnte dafür sorgen, dass wir sollten die VPI-Daten steigen, dann am Donnerstag nochmal so einen Rebound kriegen oder es läuft genau in die andere Richtung, wir haben vom Montag bis Mittwoch bis Donnerstag Mittag fallende Kurse und dann am Donnerstag steigen dann die Kurse. Also muss man mal ganz genau im Blick behalten, ich würde mich jetzt noch nicht darauf festlegen, was jetzt zuerst kommt. Auf jeden Fall ist es nächste Woche, zumindest Montag, Finger weg von Trades, Dienstag, Mittwoch ganz genau im Auge behalten, wo gehen die Märkte hin und dann kommen eben die VPI-Daten mit der Kernrate, mit den normalen VPI-Daten am Donnerstag, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe und Freitag ist dann wieder einigermaßen ruhiger Tag, wobei die Ortzeugerpreise auch noch kommen. Also Donnerstag, Freitag sind die Haupttage nächste Woche für die Märkte, die interessantesten Märkte. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Und wie gesagt, ich rechne eher damit, dass wir einfach noch ein bisschen runtergehen. Also ich bin weiter im Bearish, was die traditionellen Märkte anbelangt. SPX Short würde ich gerne, wie gesagt, verdoppeln. Bei den anderen tue ich mir jetzt schwer, einfach nochmal einen Entry zu finden. Der, schade, dass er nicht geholt wurde, aber gut, was will man machen? Gehen wir rüber zum deutschen Light Index, gehen wir rüber zum DAX. Wie sieht es dort aus? Wir haben letzte Woche, oder war es diese Woche? Muss nochmal ganz kurz gucken. War diese Woche neues All-Time-High zu Wochenbeginn gesehen. Daraufhin ging es runter, das heißt, wir haben die Liquidität hier drüber abgegrast. Short-Position leider auch hier nicht, war mir einfach zu riskant. Ich shorte ungerne. Auch wenn es jetzt schon zweimal geklappt hätte, hier, hier und jetzt auch wieder hier. Ich shorte unheimlich ungerne, äh, sagt man das? Egal, ich shorte ungerne einfach die All-Time-High, weil das Risiko einfach, wir haben da drüber keine Widerstände. Natürlich, du kannst mit FIP-Levels arbeiten, etc. pp., aber das Risiko war immer einfach zu hoch und dann ging es ordentlich, ordentlich nach unten. Interessanterweise, wir haben das kleine Gap hier gefüllt, wir sind aber noch nicht hier unten in die Support-Box reingekommen. Wir schauen mal ganz kurz vom FIP-Level her, genauer Hit ins Golden Pocket, also das heißt, die grundsätzliche Aufwärtsbewegung ist weiterhin intakt. Wir sind weiterhin grundsätzlich bullish beim DAX, auch wenn wir jetzt diese Woche einen ordentlichen Abverkauf gesehen haben vom All-Time-High von 4%, muss man auch mal sagen. Aber die Bewegungen hatten wir zuletzt auch immer wieder. All-Time-High, dann ging es runter in der Spitze, 4%. Nächster Hit, All-Time-High, es ging runter in der Spitze, 4%. Gleiches Spiel jetzt auch wieder, 4%. Golden Pocket hat mit 4 Stunden Close gehalten, also grundsätzlich erst einmal bullish. Könnte jetzt aber genau das bedeuten, was wir in den US-amerikanischen Börsen gesehen haben. Das heißt, wir ziehen hier das FIP-Level von unserem High bis zu unserem derzeitigen Low. Auch hier würde ich bitte warten, wie am Montag der Markt öffnet, beziehungsweise dann auch schließt. Und zufälligerweise liegt das Golden Pocket genau hier, wo wir unser Gap haben. Und dann könnte wirklich auch hier die Trendwende vollzogen werden. Das heißt, tieferes Hoch ins Golden Pocket, perfekte Überschneidungen, die wir hier vorliegen haben. Und von hier aus könnten wir dann im Endeffekt unsere Rallye nach unten hin starten. Und dann auch endlich mal dieses Gap hier unten bei 15.334 Punkten schließen. Dort unten wartet auch eine Long-Position, dann sollten wir hier oben eine Short-Position eröffnen. Also ihr seht, grundsätzlich, ich bin weiterhin bearish, daran hat sich nichts geändert. Auch wenn die Trades diese Woche nur einer eröffnet wurde. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber gut, man kann nicht alles mitnehmen, muss man sich auch eingestehen. Aber gut, auf jeden Fall, darauf warte ich jetzt erst einmal auch beim DAX-Erholung. Montag, Dienstag, Mittwoch, sehr, sehr gut möglich. Und wenn dann die VPI-Daten und die Erzeugerpreise kommen, entweder knallen die uns richtig einen rein. Heißt, VPI-Daten steigen. Dann, denke ich, wird auch hier wieder ein bisschen Sorge kommen. Natürlich, Fett erhöht dann wieder ein bisschen. Und dann gehen die Märkte ein bisschen runter. Gehen wir rüber zu Gold. Gold-Positive Nachrichten habe ich, glaube ich, auch in die Telegram-Gruppe gepostet. Trendwende und Verdopplung wurde erreicht. Das heißt, unsere Key-Level hier unten, über das wir seit Wochen reden. Letzte Woche haben wir noch gesagt, wurde nicht abgeholt. Dieses Mal wurde es locker abgeholt. In der Spitze ging es sogar runter auf 1925. Das heißt, momentan liegt hier eine Verdopplung vor der Position. Stop-Loss liegt jetzt bei 1924, wo wir hier unten die Position abgeholt haben. Stop-Loss bitte Entry. Ansonsten sollten die Börsen weiterhin unter Druck geraten. Sehe ich Gold als Chance, dass wir hier auch wirklich eine nachhaltige Trendwende sehen. Wir haben jetzt hier, wenn wir uns mal ganz kurz das FIP-Level hoch, das wollte ich nicht. So, wenn wir uns das FIP-Level von unserem Tief zu unserem High ziehen, sehen wir, wir sind auch perfekt ins Golden Pocket gekommen. Also alles gut, Liquidität abgegrast und hier eine Gegenreaktion. Das würde jetzt sehr, sehr gut passen von unserer Position, dass wir jetzt hier weiter steigen. Wichtig, wenn wir hier schon im 4-Stunden-Chart sind, dass wir dieses Hoch hier rausnehmen mindestens. Das heißt, der Bereich um 1952 mit einem 4-Stunden-Close wäre extrem bullisch, wenn wir da rüberkommen. Und sollten wir hier drüber kommen und eine Bestätigung sehen, haben wir zumindest mal den Downtrend durchbrochen. Und haben Potenzial, zumindest hier bis 1980 oder 1987 Punkte, äh Dollar. Mann, immer diese Börsen und US-Dollar-Vergleiche. Ja, das ist jetzt erstmal der Plan. Also wie gesagt, Position verdoppelt. Kriegen wir den Close drüber, ist es extrem bullisch. Werden wir hier rejected bei den 1952 rum. Dann können wir nochmal überlegen, eine Short-Position aufzumachen. Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus, wenn ich jetzt von fallenden US-Börsen ausgehe, gehe ich eher davon aus, dass der Goldmarkt deutlich, deutlich nach oben hin steigt. Und wie gesagt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, nachdem wir jetzt diesen langen Downtrend hatten. Gehen wir mal in den Daily-Time-Frame, da sieht man es ein bisschen besser. Haben wir jetzt auch unser Inverse-Head-and-Shoulders. Wäre die Pattern-Trader da draußen unter euch, wäre es wirklich perfekt, dieser Close im Endeffekt. Trendwende, wir hatten hier einen Downtrend, die jetzt wieder vorliegen. Inverse-Head-and-Shoulders-Trendwende, perfekt ins Golden Pocket, perfekt ins Golden Pocket. Besser kann man es im Endeffekt nicht legen, deswegen war auch hier der Trendwende-Bereich für mich sehr, sehr wichtig. Und ja, von hier aus gehe ich dann jetzt erstmal von steigenden Kursen aus, wenn die 1952 US-Dollar nach oben hin durchbrochen werden. Gut, dann gehen wir rüber zu den Kryptomärkten, gehen wir rüber zu Bitcoin. Auch hier ein kleines Update, hat sich wenig getan, 29.000 US-Dollar. Aber mir gefällt, und da bin ich immer noch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich da einer der wenigen bin, aber ich gehe immer noch davon aus, 27.600 ist mein Zielbereich, also kurz vorm Golden Pocket. Ihr wisst, die Position bei 25.000 US-Dollar läuft noch, und die würde ich gerne hier unten verdoppeln. Wir können diesen Bereich jetzt auch endlich mal benennen. Wo haben wir hier? Verdopplung. Das ist der Verdopplungsbereich für unsere Long-Position, damit wir dann Entry um die 26.200 haben, das heißt unter 0.786er. Da würde ich gerne hin, und das bleibt auch für mich weiterhin das Ziel einfach. Ich möchte, dass wir diese Position hier unten, beziehungsweise dieses riesige Gap, warte mal, ich zeichne euch das mal ganz kurz ein, ich mache mal die Box weg, das ist unsere Support-Box, dass wir diesen Bereich, den wir jetzt noch nicht abgefischt haben, diese Ineffizienz, würde ich mir gerne holen. Da haben wir wieder ein bisschen Liquidität, auch aus der Vergangenheit liegen. Das heißt, dieser große Bereich hier, den würde ich mir gerne noch holen, mit Liquidität füllen, und von hier aus im Endeffekt dann die Trendwende sehen ins Golden Pocket. Das ist für mich momentan einfach das Ziel. Daran halte ich auch erst einmal ein bisschen fest. Und kurzfristig Short-Position sehe ich hier derzeit keinen Einstieg, ist mir ein bisschen zu riskant. Das hat einfach damit zu tun, wir sind einfach gerade im Niemandsland. Wir haben hier keine wirkliche Position, klar, wir bilden tiefere Tiefs, das ist klar, wir sind hier eindeutig in einem Downtrend, schön ersichtlich, tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Der Downtrend ist intakt und könnte uns dann auch früher oder später hier runter in eben unsere Zielmarke bringen. Wäre alles nicht wirklich ultra bearish, sollten wir aber trotzdem ein bisschen im Blick behalten. Falling Wedge sehe ich derzeit hier eher nicht, je nachdem wie ihr die Linien zieht, aber gefällt mir ehrlich gesagt so charttechnisch, würde ich jetzt sagen, nicht so wirklich. Natürlich kann man sagen, okay, so passt es dann ein bisschen besser, aber das muss man mal ein bisschen im Blick behalten. Ziel wäre dann grundsätzlich die 31.8, aber wir lassen das jetzt einfach so mal im Kontext, ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus derzeit. Ansonsten Short-mäßig frühestens den Bereich 30k, die 29.6 habe ich das Problem, dass wir hier noch einen Wick haben, der da gefüllt werden sollte. Das heißt, hier oben wäre die Short-Area 30k mit einem Stop-Loss mindestens über 30.4, hier haben wir aber die nächste Ineffizienz, also der könnte absolut lost sein, der Trade. Und ansonsten Long-mäßig sehe ich dann erst 28.3, das 0.5er-Fib-Level oder dann die 27.6. Mehr gibt es nicht zu sagen, war heute ein relativ langer und ausführlicher Marktausblick, aber egal, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was denkt ihr, sehen wir nächste Woche steigende Märkte, fallende Märkte, wie seht ihr die WPI-Daten? Schreibt es unten gerne mal in die Kommentare rein. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen, gerne unseren Podcast anhören und dann war es das von mir. Wir hören uns morgen früh dann wieder zu einem Update-Video. Bis dahin, wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt das einigermaßen gute Wetter. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.